Das Wichtigste ist erstmal, dass wir alles Stück für Stück verschieben. Das heißt, ich baue hier erstmal notbedürftig einen Weg dran, um da hier so einen Platzhalter zu haben, quasi, damit wir da mal umbauen können. Und zwar nehmen wir jetzt dafür erstmal den hier hinten hin. Und den nehmen wir auch mal weg. Jetzt graden wir den mal zweimal ab. Das passt nicht ganz, gell? Was, wenn wir den Weg hier umbauen? Dafür den Weg. Verdammt, da fehlt einer. So, den Weg hier abreißen. Den komplett Weg hier abgerissen, dankeschön. So, und das Ding jetzt nach dort bewegen. Dann passt hier noch so eine so eine Dingsbude hin. Das heißt, wir können auf jeden Fall mindestens schon mal hier hinten wegreißen, glaube ich. Warte mal, bevor wir das machen, einfach so ohne zu gucken, haben wir jetzt einen Plus von 51. Brauchen wir niemals. Kann weg. So, da können wir quasi mindestens noch eine löschen. Gell, jetzt haben wir noch einen Plus von 42. Können wir mindestens noch eine löschen. So, hier haben wir jetzt noch immer einen Plus von 33. Da löschen wir noch eine. Können wir hier mal ein bisschen mehr Platz reinkriegen. So. Krass. Dieses Bio-Hautsanlage können wir jetzt mal erst mal verrücken. Das gleiche machen wir jetzt mit diesen Anlagen. Und zwar kommt hier erstmal dran. Und die kriegt jetzt ein Upgrade dran. So, so, so und drehen, so. Jetzt haben wir eine Upgrade von 40 und können quasi wieder eine löschen. Jetzt haben wir noch eine Upgrade von 31. Da können wir noch eine löschen. Klar. Somit haben wir übrigens auch einen höheren Arbeiter-Dingsmarkt. So, wie weit können wir das denn ausreizen? Das kostet uns ja immer nur, ein Upgrade kostet uns immer nur 75%. Wir haben jetzt immer noch zu viel. Daraus wird ja nur das hergestellt. Davon haben wir eh zu viel. Also können wir auf jeden Fall mindestens noch eine löschen. So, dann bauen wir hier noch einen Upgrade dran. Und können wir noch das letzte löschen. Dann bauen wir die ganzen einzelnen Gebäude nicht und sparen uns eine Menge cool. Wir sind aber schon bei 5000 plus übrigens. Muss mich mal rein. Ausgabe von 24, das reicht. Wie viele haben wir denn von dir noch rumstehen? Von dir haben wir noch rumstehen? Das war keine, gell? Wir haben jetzt eine Ausgabe von 22, das ist in Ordnung. Das ist ein Logistikzentrum, das ist gut. Aber sonst haben wir von denen gar nichts mehr rumstehen, ne? Sehr gut. So war auch der Plan. Den können wir notfalls hier nochmal upgraden. Den Strom können wir dann auch nochmal upgraden, notfalls. Das sieht schon mal gut aus. So, jetzt müssen wir das gleiche mit diesen Apfelplantage machen. Ähm, und zwar, davon haben wir ja eh, davon haben wir viel zu viele. Äh, die hier erstmal in die Mitte. Genau so, die hier in die Mitte. Die hier unten hin. So, das Logistikunternehmen, wenn's geht, woanders. Das können wir erstmal hier hinbauen. So, jetzt die Plantage. Ach, das Problem mit diesem Breiter, gell? Okay, wir brauchen erstmal hier hin. Die brauchen ja einen Weg. Einen Weg reicht doch. Da oben haben wir jetzt eh nichts mehr. Das erstmal so abbauen. So, passt auf jetzt hier. Upgraden. Eins dazu. Jetzt haben wir einen Überschuss von 20. Das heißt, wir können jetzt eins schon mal löschen. Nochmal ein Upgrade dazu. Nochmal Überschuss von 24 wieder. Und bitte eins löschen. Das gleiche. Noch einmal. Nein, 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 nein. Verdammt. Äh, verdammt, 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 verdammt. Äh, warte, 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 jetzt haben wir natürlich Scheiße gebaut. Das da hin. Das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Hier. So. Das können wir jetzt wiederum löschen. Ich weiß nicht, wir müssen das im Prinzip ungewöhnen hier. Jetzt haben wir hier mit den Maisfeldern auf jeden Fall noch Probleme. Den haben wir hier schon mal abgegradet, gell? Den haben wir auch schon mal abgegradet. Brauchen wir eigentlich nicht zwei Stück. Hier haben wir auch zwei abgegradet. Das ist auch so. Und die Frage ist, wo stellen wir die denn hin? Weil hier habe ich jetzt keinen Platz mehr. Obst haben wir aber, wir waren genug. Hier von wollen wir ja auch ein paar vernichten. Warte mal. Wir haben aber eins bis jetzt abgegradet. Das heißt, wir löschen das, das und das. Ineffizienz. Ursache, fehlende Waren. Limit erreicht. Okay, dann brauchen wir jetzt noch so ein Ding. Äh, Gebäude, Administratoren, das Ding. So, dann haben wir mal vier, also nur zwei Stück brauchen. Sehr gut. Äh, aber selbst Daffen brauchen wir, glaube ich, mehr, weil wir einen Transport zur... ...Dings haben rüber. Auf 15 plus wird reichen. Das haben wir denn jetzt hier für den Überschuss. Wir haben einen Überschuss von... ...Sektorbilanz minus drei. Aber wir können jetzt... Hier können wir nicht noch eins dran bauen, gell? Okay. Minus drei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei denen weiterarbeiten. Space Shuttle docked an. Können wir hier noch so einen Sinn bauen? Äh, nein. Nee, es passt nicht. Es würde aber passen, wenn wir... ...den ja rüberstellen erst mal. Hier den Weg löschen, halbwegs. So, und dann bauen wir hier nochmal sowas. Dann hätten wir das schon mal. Übrigens haben wir hier in der Nebenzeit schön plus. Weil wir 5300 plus machen hier durch dieses ganzen Upgrade-Getue. So. Das hier ist natürlich totaler Nonsens, was wir hier gebaut haben. Ich bin mal ganz ehrlich. Das hier ist schon Klüger gebaut. So, das können wir ja nicht weiter upgraden, gell? Das geht ja nicht. Das hat ja maximal, genau, hat ja maximal erreicht. Das heißt, rein theoretisch. Weißt du was, das können wir eigentlich auch nochmal löschen hier. Scheiß drauf. Wird nochmal gelöscht. Wir benutzen hier gerade eh noch nichts. So. Damit wir hier ein bisschen Platz haben. Um eine ordentliche Produktion aufzubauen. So. Denn wir brauchen eine Menge Platz, wenn wir das so weitermachen wollen. Denn ich würde am liebsten jetzt hier... Ah ne, kann ich es noch nicht löschen. Am liebsten würde ich ja das hier löschen. Okay, das heißt, wir müssen das hier erstmal upgraden. Da würde noch was hinpassen. Das ist ein Maximum. Ja, minus zwei. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall auch geupgradet. Achso, das hat noch gar kein Upgrade. Ja, das ist ja klar. Dann ist klar. Das ist ja klar, wie ich losbrühe. Nicht. Das heißt, das könnte man da hin verschieben. Das würde ich gerne dorthin. Und angefangen hier auch Upgrades zu bauen. Ja. So. Dann haben wir hier hinten noch eins, zwei Apfel-Farm. Also Obstplantagen. Davon haben wir zur Zeit eine Überproduktion von... Achtzehn. Das heißt, ich baue hier mal nochmal ein paar hin. Zack. Und jetzt die hier unten mal komplett löschen. Haben wir immer noch Überproduktion? Vier. Sehr gut. Das ist genau das, was ich möchte. Hier haben wir jetzt eine Überproduktion von... Sechs. Sehr gut. Das funktioniert quasi. Jetzt müssten wir mal gucken. Wegen diesen Offshore-Park. Und wir brauchen mal... Wir können ja den Weg hier ausbauen. Das heißt, quasi hier rum. Und so dran. Haben die ja eigentlich jetzt schon irgendwas produziert. Ja. Haben sie. Sehr gut. Das funktioniert also. Äh. Und dann können wir ja diese ganze Saftproduktion nach dort verlagern. Wäre jetzt zumindest erstmal meine Idee gewesen. Weil... Dann habe ich hier noch mehr Platz zum Ausbauen von den anderen Sachen. Zack. Und das da hin. Passt ja trotzdem noch eins aneinander. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Platz zum Ausbauen. So. Das produziert schön Wein jetzt schon. Das ist sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt quasi anfangen... Das zu zerstören. Weil das ist ja bescheuert. Weil wir haben ja gerade gelernt, das bescheuert. Zwei zu bauen. Kostet mehr Energie, gell? Sollte man vielleicht öfters mal verwenden. So. Dann bauen wir das mal dorthin. Und dann könnten wir hier diese Stierfarm hinbauen. Ne. Erstmal bauen wir Soja-Farm. Müssen wir mal gucken, wie groß die ist. Ich würde die jetzt mal hier bauen. Das Ding können wir dann später darüber verschieben. Ah ne, kann man ja gar nicht. Ist schon das Maximum. Also das ist gar nicht so schlimm. So. Mal sieben. Soll ich heute mal gucken? Ne. Warte mal. Machen wir noch Plus. Weil wir brauchen mindestens zwei, glaube ich. So. Jetzt hier die Größe Schweineweide. Oder Rienenfeinde. Mal drehen. So. Das können wir dann quasi hier hinten noch, glaube ich, dran bauen. Genau. Kosten nur gerade zu viel Geld. Somit produzieren wir hier genug. Wir haben dann Sektorbilanz 0. Das ist okay. Das wird halt optimal dafür genutzt. Ja, aber wir haben zu wenig Strom. Das sollte aber gar kein Problem sein. Denn wir könnten hier zumindest schon mal noch upgraden. Ja. Ja. Damit haben wir wieder genug Energie. Läuft aber immer noch nicht optimal, ne? Wir hätten jetzt 9. Das reicht aber für gutes Essen. Gutes Essen kostet uns jetzt 45.000. Die haben wir gerade noch nicht da. Gut. Aber es hat auf jeden Fall meiner Meinung nach schon mal was gebracht. Diese ganze Sektoränderung. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch mehr Platz. So. Wir könnten noch mehr anpassen. Und zwar müssen wir dafür hier oben hin. Das hier ist auch äußerst unklug gebaut. Wir haben davon zum Beispiel 3 Stück stehen. Das ist bescheuert. Das heißt, wir löschen mindestens 1. Wir haben wie viel Überproduktion? 8. Wir löschen erstmal 1. Mal gucken, wie viel Damm wir haben. Dann haben wir jetzt noch eine Produktion von 1. Das ist eigentlich optimal. Jetzt könnte man quasi noch sagen, wir bauen die hier raus. Und löschen das Ding da. Überproduktion von 4. Sehr gut. Das läuft auf jeden Fall. So. Dann haben wir da oben auch wieder Kosten gespart. Läuft unser Abkommen noch? Läuft noch. Wie lange noch? Noch 1 Stunde 39. Gut. Kriegen wir noch ordentlich Geld dafür. Am liebsten wäre es mir ja jetzt, wenn wir jetzt noch schaffen, dass die... Darnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Neuroimplantate. Warte, 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 warte. Was ist ein Neuroimplantate? Ein Treffen in meinem Haus? Rolf. 7 von 9. Wir brauchen mehr Neuroimplantate. Die kommen aber leider von der Arktis. Können aber noch angepasst werden. Müssen wir dann mal... ...in der Arktis mal anpassen. Wir brauchen mehr Neuroimplantate. Wir brauchen eine Unternehmensstufe von 10, um das nächste Lok aufzuschlüsseln. Okay, alles klar. Wir haben doch hier auch noch was gehabt, gell? Der ja da auch noch. ...dass sie vorbeikommen. Ich habe ihnen ein Geschäft zu unterbreiten. Verteilen sie Schiff an Frachter. Was? Grafen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Ja, toll. Jetzt nochmal ein Eingriff. Habe ich keine Lust auf. Wir haben heute schon einmal gekämpft. Das reicht. Die Reise sind so niedrig, dass ich selbst nicht weiß, wie ich das hinkriege. Hier kann ich quasi Sachen verkaufen, ne? Ja, ich will nichts kaufen. Kann ich auch das Anfrageangebot... Kann ich hier was verkaufen? Hi, Fisch. Habe ich jetzt was verkauft? Glückwunsch, neun Erfolg erhalten. Habe ich hier. Kann ich bis was verkaufen? Dann haben wir ein Deal, mein Freund. Na gut, 100 kann ich nicht verkaufen. So, haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld dazu gewonnen und können quasi... Ja, jetzt können wir quasi sogar schon unsere Luxusgüter bauen. Denn wir haben genug Geld, um das hier zu bauen. Scheiße. Man hätte vielleicht gucken sollen, dass wir dann auch noch... Ihr globaler Marktwert ist gest... Juh, globaler Marktwert gestiegen, aber wir haben keinen Strom. Strom! So, mehr geht hier nicht. Maximale Stromkapazität. Ah, warte mal. Wir könnten noch eine... Warnung! In der...